Hallo und herzlich Willkommen auf Franziska Luschas.de. Mein Name ist Franziska Luschas. Was glauben Sie, warum Menschen Psychotherapie machen? Genau, weil sie sich schlecht fühlen, weil sie leiden. Ziel von Psychotherapie ist es also, dass sie sich besser fühlen, dass sie positiver denken, sich besser fühlen, bewusster leben, gelassener reagieren. Ja, gute Nachricht ist, die Hirnforschung hat festgestellt an zahlreichen Studien, dass unser Gehirn plastisch ist, was nichts anderes heißt, dass wenn wir etwas anderes machen als bisher, also sprich unser Gehirn anders nutzen, sich alte Strukturen verändern, je nachdem wie wir es nutzen. Und dazu zeigt uns beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie Schritt für Schritt, was wir tun können. Das ist eine sehr, sehr gut erforschte Psychotherapie-Form. Dazu nehme ich dann noch alte Weisheitslehren, Philosophien als Fundament, wie zum Beispiel den Buddhismus, den Taoismus oder aber die griechischen Philosophen wie Epictet, der schon vor über 2000 Jahren gesagt hat, es sind nicht so sehr die Dinge, sondern die Sicht über die Dinge, warum wir uns gut oder schlecht fühlen. Und etwas ganz Praktisches für ihren Alltag ist, dass Sie eine einfache, schnelle und wirksame Entspannung lernen, mit der Sie sich jederzeit aus dem Stress rausziehen können. Ja, etwas anderes machen als bisher, damit Sie immer gelassener, souveräner, lösungsorientierter mit Herausforderungen umgehen können. Mehr erfahren Sie hier auf franziskaluschas.de. Ich wünsche Ihnen den Mut, etwas anderes zu wagen und an den Dingen, die Ihnen guttun, beharrlich dran zu bleiben, damit Sie ein gelasseneres, zufriedeneres und glücklicheres Leben führen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!